Das heute uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her. Aber ich beginne mich langsam zu fragen, ob die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes ist. Und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen. Die sind alle ungeschützt und die werden sterben. Ungeimpfte bekommen ab dem 1. November keine Lohnfortzahlung mehr, wenn sie in Quarantäne ist. Das ist einfach der einzige Weg raus aus diesem Ding und zurück zur Normalität für alle. Es ist absolut korrekt zu sagen, es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Sie sollen sich doch impfen lassen. Warum sollen die denn dieselben Rechte haben wie wir? Ich würde dann versuchen, die Ungeimpften zur Impfung zu zwingen, indem ich sage, sonst können sie nicht raus. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung. Und ich kann sagen, sie sind wirklich zu prügeln, diese Menschen. Wer dabei nicht mitzieht, der muss dann eben auch damit rechnen, dass er ein Bußgeld bezahlen muss, weil er seiner Impfpflicht nicht nachkommt. Weil ich jung und unsterblich bin, Alter! Zu werben holt die Bundesregierung unter anderem Social-Media-Stars wie Alicia Ava in Scope 21 oder 24 Tim ins Boot. Lass mich nicht impfen, weil ich Angst vor der Nadel habe. Hattest du auch Angst, als du dich Botoxen lassen hast? Oder bei den Tattoos auf deinem Körper? Ich glaube nicht. Also lass dich impfen. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Ohne Impfen gibt es auf Dauer keine Freiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Kinder sind zurzeit gemeingefährlich. Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19. Eine schwierige Situation, die Joshua Kimmich da geschaffen hat. Er nimmt sich ein Recht raus, das viele Fans nicht haben. Sie müssen geimpft sein, um ins Stadion zu dürfen. Wie würde die Welt wohl aussehen, wenn alle so handeln würden wie sie? Wer sich partout nicht impfen lassen will, der muss die Folgen auch davon tragen. Entweder indem er auch bis hin zum Arbeitsplatzverlust geht. Dann wird erneut das ganze Land in der Geiselhaft dieser Gruppe von Menschen sein, die im Prinzip doch stolz darauf sind, dass das Land auf sie wartet. Es gibt keinen Anspruch auf Restaurantbesuch. Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen den Menschen geimpft. Dumme Menschen. Und sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Wir alle wissen, wer die Schuld an dieser vierten Wende trägt. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Wenn man das hier alles sieht, dann kann man nicht glauben, dass das wirklich stattgefunden hat. Jetzt versuchen sie, alles zu verharmlosen. Einfach mit der nächsten Krise alles zu überschreiben. Keiner entschuldigt sich richtig. Was das hier war, es war menschenverachtend. Es war Spaltung, Diskriminierung und Ausgrenzung der schlimmsten Art. Alles unterstützt durch Politiker, durch Prominente, durch die öffentlichen Medien, selbst die größten Nachrichten, die in Deutschland es gibt. Alles unterstützt für einen Zweck. Die Menschen zu etwas zu zwingen und zu bringen, über was sie nachdenken und reden wollten. Sie sprachen von solidarisch. Sie sprachen davon, dass die Ungeimpften schuldig sind. Man hat mit den Fingern auf die Menschen gezeigt. Man hat sie wie Schmutz behandelt. Man hat es zugelassen und gefördert, dass die Gesellschaft sich spaltet, Familien sich auseinanderreißen, Beziehungen getrennt werden, Freundschaften zerbrochen werden. Das hat man alles zugelassen. Menschen hatten Fragen. Es gab auch welche, die haben mit Sicherheit bei dem ganzen Ding auch übertrieben und haben Scheiße erzählt. Aber hier wurde eine Menge gelogen und jetzt versucht man zu sagen, die Wissenschaft, die wusste es nicht besser. Man hat euch darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen nicht wirken, dass die Masken nicht schützen. Und man hatte Fragen zu den Impfungen. Alles wurde durchgedrückt. Es wurde befohlen, angeordnet. Zwangsmaßnahmen waren das schon. Und jetzt redet keiner darüber. Jetzt sind sogar die Masken in den Bahnen verschwunden. Und es gibt immense Schäden. Ein Herr Lauterbach hat gelogen. Er hat gelogen, als er gesagt hat, eine nebenwirkungsfreie, kostenlose Impfung. Kostenlos waren sie auch nicht. Die Steuerzahler haben Milliarden bezahlt. Es wurden Milliarden Gewinne gescheffelt. Er hat gelogen. Und die Menschen, die ihn vertraut haben und sich haben impfen lassen, tragen jetzt diesen Wirkstoff in sich. Bei dem einen oder anderen geht es gut. Und bei dem einen oder anderen entstehen Schäden. Keiner will darüber reden. Denn Herr Lauterbach schiebt die Verantwortung vorn sich. Er lässt die Menschen im Stich. Ihr entschuldigt euch. Herr Lauterbach hat das noch nicht mal. Er hat zugegeben, dass die Schulschließungen nicht notwendig waren. Die müssten zurücktreten. Und ihr alle solltet dafür zumindest auch strafrechtlich eure Konsequenzen tragen. Ihr habt es doch zugelassen. Ihr habt noch solche Verträge gemacht. Ihr tretet irgendwann zurück. Wir sparen und schon redet man nicht mehr über euch. Was ist mit den Medien, den öffentlichen Medien, die wir sogar bezahlen, die daran mitgewirkt haben? Wo sind die ganzen Promis, die das mitgemacht haben und die Leute überredet haben, durch ihre Bekanntheit das mitzumachen, da auch Geld für bekommen habt, der ein oder andere? Was ist mit den Menschen, die ihr fertig gemacht habt, wie Nena, wie Kimi? Und jetzt ist es nicht mehr das. Jetzt sind es die, die nicht alle Ja zum Krieg und zur Waffenrüstung sagen. Dann sind die die. Ihr seid das Letzte in meinen Augen. Hier wurde doch gerade gesagt, da haben sich andere mitschuldig gemacht. Oh ja, sehr viele. Geht aufeinander zu und entschuldigt euch. Und die Politik, die dafür die Verantwortung tragt, die sollte geschlossen zurücktreten. Und sie wird vor Gericht gezogen. Es gibt Anwälte, die eine Klage einreichen für diese Verantwortlichen. Und das sollte man auch. Das darf nicht einfach totgeschwiegen werden und einfach zur Normalität übergegangen werden. Das muss aufgearbeitet werden. Das ist ein Riesenskandal. Und die Menschen, die dürfen nicht in den Stich gelassen werden, die haben euch vertraut. Die haben ihnen vertraut, der Lauterbach. Und sie haben dieses Vertrauen missbraucht, wie andere auch. Da sind sie nicht der Einzige. Und wenn ich dieses ganze Video sehe, dann wird mir kotzübel. Aber heißt es ja so schön, wir vergessen nicht. Und sowas sollte man auch niemals vergessen, damit diese Menschen nicht damit davon kommen und einfach weitermachen können. Und beim nächsten Mal läuft es wieder so, ja. Ich bin ein Bürger und ein Vater und ich schütze meine Kinder. Und ich schaue auch nicht weg, wenn so eine Scheiße passiert. Und ob ihr mich denn nur als Schwubbler bezeichnen wollt oder als Reichsbürger oder als Stadt. Ich kann nur sagen, ihr könnt gerne blind in eine Richtung bewegen. Könnt ihr machen. Ich denke nach. Das hat nicht mit quer, sondern mit klar denken zu tun. Und ich frage mich immer, wer hat hier eigentlich den großen Profit gemacht? Ach so, ist das nicht Biontech, die jetzt so viel Kohle gemacht haben und sich jetzt ins Ausland absetzen? Jetzt, wo hier alle teurer wird? Habe ich zumindest so gelesen, nicht wahr? Na ja, mal gucken, wie lange der Krug noch zum Brunnen geht, bis er bricht. Das, was hier gelaufen ist, ist meines Erachtens ein Verbrechen an der Menschlichkeit gewesen. Und da haben sich viele mitschuldig gemacht. Und die Politik trägt direkte Verantwortung dafür. Und die Menschen aus der Gesellschaft, die vielleicht es geglaubt haben, sollten wieder aufeinander zugehen, sich entschuldigen und sagen, dass das der falsche Weg war. Jeder hat Fehler gemacht. Aber wir sind ja nur viele von uns geleitet worden. Auch von der Angst. Angst und Panikmache. Unser Angstminister, Panikminister Lauterbach, der nicht nur um seine Selbstdarstellung und seine Macht ging, hat ja genug davon verbreitet. Und viele hatten auch Angst. Und ich verurteile niemanden, der sich hat impfen lassen aus Angst oder sich schützen wollte oder Masken tragen möchte. Manche laufen ja jetzt noch mit rum. Das könnt ihr tun. Aber ihr habt der eine oder andere Finger auf andere gezeigt, habt sie beschuldigt. Ihr seid schuld. Man hat den Kindern suggestiert, ihr seid schuld daran, dass eure Großeltern sterben. Was für einen Dreck habt ihr von euch gegeben? Ihr habt euch so unmenschlich verhalten und habt diese Spaltung, Diskriminierung gefördert. Ich hätte nie gedacht, dass sowas möglich ist. Ich habe mich immer gefragt, wie Dinge überhaupt möglich mal waren in unserer Geschichte. Aber wenn ich sehe, wie blind Leute hier rumrehrant sind und sofort nicht mal eine Frage haben zugelassen. Auch jetzt. Man stellt eine Frage, man kämpft für Diplomatie und für den Frieden und trotzdem wird man angegriffen. Guckt mal hier, sucht euch einen Finger aus und den steckt euch ganz tief hinten rein. Schaltet euer Hirn ein. Mir ist das scheißegal, was ihr denkt von mir, was ihr halten wollt von mir. Millionen von Menschen denken genauso wie ich. Und es sind keine Schwubbler oder Nazis oder irgendwelche Verschwörungstheoriker. Sondern es sind Menschen, die für dieses Land keinen Krieg wollen. Die für dieses Land wollen, dass die Menschen wieder zusammenwachsen. Und dass die Probleme und Missstände bekämpft werden. Und ich totgeschwiegen, verharmlost und gelogen wird für Profitgier, Machtgier, Geldgier oder für irgendwelche Leute, die ihr Ego streicheln lassen wollen, weil sie ansonsten nichts zu melden haben. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.